Hallo Leute in der neuen Folge Minecraft Scare Factory 4. Wir hatten in der letzten Folge das hier gebaut und zwar sowas, wo man jetzt einfach automatisch Eisen rausbekommt, wenn man was bestimmt rausnimmt, also es kommt immer automatisch Eisen raus. Da haben wir jetzt 30 Eisenlöcke oder nee. Warum geht es gerade noch? Leck? Leck oder warum? Hier kann ich das aufzugreifen, aber dann nicht. Ich kann auch hier drauf tun. Hä? Ja, jetzt wahrscheinlich nicht. Ich muss auch noch genug drin sein. Keine Ahnung warum. Das kann nicht funktionieren. Na egal. Äh, wir holen mich jetzt Gold in diese Folge noch herstellen und dafür brauchen wir, um Gold zu bekommen brauchen wir, ein Gold Zeppling. Den macht man, indem man Gold auf einen Eichen Setzling drauf gießt. Okay. Das Gold kriegt dann wiederum. Da. Ja. Da raus. Und das kriegt dann mit gelben Löwenzahn. Ja, das kriegen wir. Das müsste nicht so schwer sein. Außer mal die Maschine hier. Und da muss ich halt drauf uns nehmen. Ah. Ich bin allein gestorben oder so. Kann man's irgendwie wegmachen? Oder oder? ich probiere mal das weg zum ich probiere mal das weg so wir erweitern jetzt immer noch die Schmelzer für den Goldbaum ich habe das Gold schon mal reingemacht und da brauchen wir Sandton habe ich schon gemacht ich habe gerade gemeint, die Aufnahme war, hat nicht gelaufen und deswegen muss ich mal neu machen was war das? und zwar so 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 und dann so da brauchen wir ja richtig viele Blöcke und das dann so und das dann und das ist gleich nochmal mit Keys so so und dann das da auch schon mal rausnehmen und dann da 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 so dann brauchen wir das Eisen dann und dann machen wir Küsten aus dem Holz also Truhen sowieso ein ein die und dann und dann elf davon und das und das und das mit dem zusammen das das kann ich überall nochmal so hier kommt noch eins da draus und dann da die letzte da muss ich die Erde haben da eine Erde da eine Erde da eine Erde da und da so die Erde haben jetzt mal hier die Reden da 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 die Reden es ist das der die Treffen da zumal das ist die die ich glaube da die 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 Gold muss auch noch ein Platz sein, also mach ich dann hier noch nix, aber ich hab eigentlich alle, da gibt man noch Clay, ein Clay, so, dann kommt da noch Gold hin, den machen wir das mal, dafür brauchen wir hier ein normales Reichen-System, den machen wir da, da reicht ja, nein, da brauche ich die andere und dann den da drauf und dann den Rissing nehmen, draufpacken und einmal ein Gold zu trinken, wie es schon gesehen haben, haben wir hier noch einen zweiten, davon können wir auch, hä? Ah ja, schon wird eingebaut, so, da ist nochmal Gold sitzen, da haben wir Goldschiffen freigeschalten und den machen wir hier, so, dann können wir die Schmiede noch ein bisschen größer machen können ich will eigentlich jetzt noch ne neue bauen, wenn die jetzt hier drüben passen, die eins bei eins gefällt mir nicht so gut Das wird noch umgebrannt, irgendwann. Hab ich noch ein Gold drin? Guck mal, ich hab noch ein Gold drin, bevor ich noch so lange warten muss. Äh... Da ist ein Eisen dabei. Da. Da kann ich spielen. Da kann ich ein bisschen von dem Trich dann da machen. Ja, und müssen wir erzielen. Jetzt hab ich wieder die Splats gemacht. Das ist doch was. Verbrenne ich jetzt einfach. Wo ist das? Nicht blind, oder? Ja, ich hab schon rausgenommen. Guck dir jetzt nochmal mit. Lava hier nach. Ich bin gleich hier noch drunter. Sorry, helft. Ja. Dann können wir schon mal... Das ist echt nicht gleich halt, aber... ...den zweiten Gold-Zap dann wieder nehmen. Und dann gucken wir mal, wie viele kommen. So, da kann ich noch mal welche machen. Das geht schnell, wenn er das hochbaut. Ich weiß auch genug. Also... Eigentlich... ...brauch... ...nichts... ...mehr. Da kann man die auch so schnell, dass man die im Teil enthalten kann. Oder kann man nur den Ofen und so... ...warte, brennt ja auch weiter, wenn ich hier mitschleppe. Okay. Okay. Genau das wollte ich machen. Ich wollte noch... ...den... ...alsischen Ziegen... ...die hier brennt ja. Ich hab noch einen Stack in meiner... ...in meinem Eventar. So. ...und dann... ...dass damit... ...kombinieren. Dann nehmen wir mal diese Stück von dem. So. 50. Dann können wir hier nochmal weiter. So, da, da, da und dann. So, da, da, da. Brauche ich ihn nicht mehr maßenhaft eigentlich. Brauche ich das mal und dann, kann ich das später, wenn du ein Lapis-Settings schon haben, oder? Oder ist einer schon fertig? Ein Lapis-Setting. Als wenn ich kein Lapis-Setting bekommen habe. Und dann kein zweites. Ah doch, ja. So, dann haben wir schon in der Folge den Goldbaum, wo ist er da? Den Goldbaum her, hinbekommen. Und dann werden wir in der letzten Folge bestimmt die Dias erreichen. Ich spiel jetzt mal das Crafts-Setting rein. Da, das Crafts-Setting, zwei Gold, ein Silber, oh, wir brauchen noch Silber. Oh, nein. Aber, na, das haben wir ja und das und das haben wir auch. Und da müssen wir zuerst Silber-Setting, aber der wird auch einfach vermutlich sein, wenn man Silber herrscht. Da aber gerade. Da. Genau. Ja, und da brauchen wir Silber, Silber-Wasser, Silber. Genau hier, das können wir eigentlich jetzt schon machen. Da mal richtig. Ich brauche noch noch Tin. Da müssen wir noch Tin gießen. Na geil, das ist, das dauert doch noch ein bisschen, aber das war's von der Folge. Ciao, bis zur Folge Minecrafts Perfect B4.